Tommys Online Tagebuch Er ist voll schlau, ey! Erst gesehen, ey! Es ist Nintendo Wii, ey! Er ist voll der nackte Wahnsinn, ne! Er ist voll super, ey! Ey, das ist die neue Generas... Genital... Neue Stufe an Videospielen, ne! Ey, voll geil, ey! Er hast du gar nicht mehr so einen Controller wie früher, ne! Ey, jetzt hast du so eine Fernbedienung, ne! Ey, die Fernbedienung ist voll die Maus, ey! Da kannst du voll auf dem Bildschirm mit einem gucken sein, ne! Ey, kannst du so zielen, ne! Ey, das ist voll der Zeiger auf dem Bild, war normal, ey! Du musst ja gucken, wo du hin willst im Spiel, ne! Ey, und andererhand, ey, hast du so eine Wurst, ne! Ey, das Nunchuck, ne! Ey, zack, 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 ey! War normal, ey! Musst ja steuern, ne! Ey, auf jeden Fall machst du Wii an, ne! Machst ja erst mal voll die Mie, ne! Mie, ey, das ist so eine Figur, ey! Du musst ja... Kannst ja selber... Ey, kannst ja voll die Fresse machen, ne! Kannst ja Gesicht machen, ey! Kannst ja Nasen machen, ey! Kannst ja sogar Müssen machen, ey! Hab ich mir erst mal einen Dummy gemacht, ne! War ja normal, ey! Ich brauch auch eine Figur, ne! Ey, willst du sehen, ey! Willst du mal Mie sehen, ey! Ey, guck mal da, ey! Ey, guck mal, ey! Ey, guck mal, ey! Müsse, ey! Voll was lachen, ne! Ja! Ey, auf jeden Fall, ne! Ey, hab ich mir voll das Spiel gekauft, ne! Ey, Resident Evil, ey! Resident Evil, ey! Voll der Splatter, ne! Ey, Horror gucken, ne! Ey, ist eine Sache! Aber Horror spielen, ne! Ey, selber im Horror sein, ey! Ey, das ist der nackte Wahnsinn, ey! Erste Pistole, ne! Ey, kannst die Fernbedingungen reinstecken, ne! Ey! Gut, ey! Voll gut! Ey, kannst du voll auf den Bildschirm ziehen, ne! Ey, kommt der Zombie vorbei, eine Zackmöhre ab, ey! Ey, das Blut, ey! Spritz, Spratz, ey! Voll am Spritzen, ne! Ey, sieht ja aus wie ein Springbrunnen in der Stadt, ne! Nur... Da kommt Blut raus, kein Wasser, ne! Normal! Ey, an der Hand nimmst du die Wurst, ey! Ey, dann kannst du Messer schwingen, ne! Ey, dann schleiderst du die Wurst ein bisschen durch die Gegend, ey! Fuchteln, fuchteln, ne! Ey, und im Spiel, ne! Ey, Kachong, Kachong! Ey, mit Messer, ey! Zombie beide Arme wett, ne! Aber macht ja nix für den Zombie, weil... Der kann ja noch mit den anderen Zombies in der Karaoke-Bar-Poke-tanzen, ne! Ist nix für mit Gitarre schrammeln, ne! Ey, am schlimmsten, ey! Entgegner, ne! Ey, voll böse, ey! Voll böse, ne! Der Entgegner! Ey, und voll hässlich, ne! Ey, voll am sabbern und am geifern, ey! Sabber, sabber, ey! Geifer, ne! Hätten die auch meine Oma nehmen können, ne! Nur... Die wär nicht so gefährlich gewesen, weil... Schlecht ohne Zähne, ne! Auf jeden Fall der Typ, ey, hat auch voll das Auge am Auslaufen, ey! Trif, Trif, ey! Voll hässlicher Typ, ne! Sieht aus wie so'n Gemälde von Picasso, ne! Ey, der Typ... Voll die Klingenhände, ne! Ey, sieht aus wie sichler von Pokémon, ey! Höhö! Aber ich bin da nicht doof, ne! Erstmal voll am Ausweichen, ne! Suche Schwachpunkte, ey! Geh schon um das Vieh rum, ne! Ey, auf einmal... Der Arsch! Ey, voll am Leuchten der Arsch, ne! Ey, voll rot der Arsch, ne! Ich direkt... Höhö! Ey, nimmst du ne Mine, ne! Ey, wirf sie da rein! Drückst sie erstmal auf 10 Sekunden, ne! Holst die Pumpe raus, ey! Tchak, 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 ey! Piss! Paff, ey! Voll in den Arsch, ne! Der Typ, ey! Voll kapott, ne! Ey, der fühlt sich jetzt... Wie drei Tage Silvester mit Peperoni, Pizza und Knoblauch, ey! Höhö! Höhö! Egal! Ich muss jetzt auch mal weiter, ne! Weil ich muss ja meinen Highscore noch hochballern, ne! Weil da kommt ja noch der letzte Endgegner, ne! Ey, wenn ich den durch hab, ey, dann kommt Resident Evil 2, ey! Höhö! Wollen wir hoffen, dass das kommt, weil ich bin voll heißer drauf, ne! Ansonsten guck ich mir gleich wieder folgenden billigen Filmen an und das will ich jetzt nicht, weil... Die hab ich ja alle schon fünfmal gesehen, ne! Oder ich ruf Mario an, das kann ich auch machen! Aber ich hab keinen Bock auf die Eltern, ey! Nachher wollen die wieder mit mir Abendessen oder so, ne! Hab ich ja gar keinen Bock drauf, ey! Dann ist dann wieder die Kamel, die dumme Sau, ey! Meine Schwester, die blöde Sau, ne! Außerdem... Ich würd viel lieber noch mal ein bisschen zocken, ey! Weil... We so geil, ey!